Einfach praktisch. Die original BMW Sitzlehnentasche ist ein wahres Organisationstalent für Ihre Gegenstände. Platzieren Sie die BMW Sitzlehnentasche an der Rückseite des Vordersitzes. Legen Sie den Gurt um die Kopfstütze und schließen Sie die Schnalle. Nun nehmen Sie die zwei Haken am Boden der Tasche, ziehen Sie nach unten und haken Sie unter den Vordersitz. Sitzt. Die Gurtspannung fixiert diese clevere Transportlösung ideal an der Rückenlehne. Ihre Kinder werden es lieben. Verwenden Sie die Aufbewahrungstasche für Flaschen, Schnecks oder Malbücher und Buntstifte. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Untertitelung des ZDF, 2020